In unserem Zähnerwesterland, da geht's schon! Es geht an Wiedersehen, am 2.12. auf der Wendland-Rentsch, die große Beachparty. 2.000 Karten haben wir schon verkauft. Wir sind fast ausverkauft. Wir hoffen, ihr seid vielleicht auch dabei zu der großen Party. Und damit sind Mai weiter auf der Ranch und ab sofort neu im September. Und dann wird gefeiert. Und Freunde, ich sage jetzt Tschüss bis gleich, denn ich werde mit euch vielleicht, einigen von euch, eine kleine Party noch feiern. Und zwar in der Nina Bottrop. Auf ne Tasse Tee werden wir dann noch hinfahren, ne? Ich sage die beiden, die müssen kommen, kommen wir nach Hause! Bravo!